Das Gewerbe- und Industriegebiet Gramsow liegt außerhalb der Gemeinde Gramsow in nordwestlicher Richtung. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Asphaltierwerk stehen ca. 12,5 Hektar Fläche für ihre Nutzung bereit. Besonders hervorzuheben ist hier die exponierte Lage. Berlin ist 90 Kilometer entfernt. Die B198 führt direkt an den Freiflächen entlang und bis zum Autobahnanschluss sind es nur 1,5 Kilometer. Das Autobahnkreuz Uckermark ist nur weitere 2 Kilometer entfernt. Das Gewerbegebiet in Gramsow ist voll erschlossen. Auf dem Gelände haben sich neben dem Asphaltierwerk bereits weitere Firmen niedergelassen. Neben einer Schrottverwertung gibt es noch eine Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft. Hier werden große Mengen an Futtermittel gelagert und vertrieben.